Meine Arbeit für richtig hält. Dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe. Dass ich anständig, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich habe. Meine Arbeit für richtig hält. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich habe.